Die Abstände in den einzelnen Figuren barieren zwischen 3 bis 5 m und dies war eine Möglichkeit von etwa 800 kmh. Der höchste Punkt dieser Figur liegt etwa 2.000 m über dem Blockplatz von Thymondorf und die Piloten werden bei Altair. Diese Figur mit dem 5 m und Körpergewicht in deren Sitze gepresst. Als nächstes der Wechsel in die Figur Aligny, das Schweizer Segelteam und zwar den America's Cat verloren, doch es hat zwei außergewöhnliche Siege vorzuweisen. Das Kapitel America's Cat ist vorbei, aber Aligny wird weiterleben in den Inbord an dem Forum auf Himmel. Wir zeigen nochmals das große Segel des Alignys Segelbordes hier in Thymondorf. Zum Beispiel von Thymondorf und Trompeten in den Finanzinstrumen im Fahrzeug in Thymondorf. Sehen Sie als nächstes einen interessanten Formationswechsel in der Figur Melchsturm. Dies ist eine sehr schwer zu fliegende Formationsführung für die Bühne in eine ganz fliegende hinteren Piloten. Er ist verantwortlich für die saubere und veröffentlichte Präsentation des Kommandes. Er ist verantwortlich für die Bühne in eine ganz fliegende Formationsführung. Es sind die Smiga Meister und Simon Billeter. Wir zeigen Ihnen nur noch kurz die Figur Roger Peder. Der Schweizer Roger Peder ist der einzige Tennispieler, der dreimal in seiner Karriere drei Grandsland-Titel in einer Saison gewinnen konnte. Und nun die neue Figur des jährigen Programms. Wir zeigen Ihnen die Figur Oskar Peder. Der Flugpionier Oskar Peder war der erste Pilot, welcher die Alpen in Beidem durchgekommen hat. Flugpionier Peder war auch der erste Schenzpilot der damals noch jungen Schweizer Luftwaffe im Ersten Weltkrieg. Flugpionier Oskar Peder. Flugpionier Oskar Peder ist der vorgestellte Pilot, also Mark 7, unter dem Plan des Rundraums. Flugpionier Oskar Peder und die Präsentation seines Verbandes in der richtigen Figur. Flugpionier Oskar Peder im richtigen Moment zuständig. Seinen Kameraden folgen ihn mit der folgenden Figur und behauptet über die entsprechenden Vigilfunkte im Anfahrproduktion im Haus. Als Referenzpunkte gelten zum Beispiel die Lenkhofenaufhängung an den Flügeländern oder auf das Ende der Triebe verschaden. Nur wenn dieser Deckungsgleich mit dem Rahmen der Puppetscheibe ist, verbindet man sich innerhalb der Formation am richtigen Ort. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 8. 9. 8. ... und auf den Nieren sehen. Achtung! Achtung! Ja, mit Blick! Splitt, das war das Kommando zur Aussplittung des Verbands. Rappen an Teil der Verleihung verwenden und wird mit je 600 km Einheit in den Himmel von Dübendorf zeigen. An den Damen und Herren das Herz der Patrouille Liszt. Die erste spektakuläre Solokreuzung. Die beiden Follisten liegen auf alle zu und werden bitten über die Piste von Dübendorf ein Kreuzungsmanöver zeigen. Die erste spektakuläre Solokreuzung. Die beiden Follisten liegen auf alle zu und werden bitten über die Piste von Dübendorf ein Kreuzungsmanöver zeigen. Und als so interessant war zeigen Ihnen die beiden Solisten die zweite ebenso spektakuläre Solokreuzung. Jedes Flugzeug ist auf etwa 700 km beschleunigt und das ergibt somit eine Annäherungsgeschwindigkeit und das ergibt dann die 1,000 km oder 2,000 km. Und das ist so, wie viel viel fliegt ist. Solokreuzung ist ein ganzes Flugzeug. Sie zeigen Ihnen die Synchronrolle. Let's run go! All unsere Vorführungen werden wie wir vom Kompadant am Boden begangen, werden den ständigen Kumpelkontakt zum Piloten und Könnte korrigieren, Einfluss nehmen. Dieses Eingreifen bezieht sich auf die Beziehung der Beziehung von beiden Positionsabwassungen. Welche Vermotenausmesser erkennt man sich? Auch unterstützt Daniel Herzl, der Kompadant der Patrizisten, Ziel bei der Luftraumüberwachung. Daniel Herzl, der Kompadant Zürich, auch er ist Berufsmilitärpilot und war Pilot der Patriz Suisse von 1987 bis 1997. Mit einem Total von mehr als 5000 Flugstunden ist er ein sehr erfahrener Militärpilot. Seine Aufgabe bei der Patriz Suisse ist vergleichbar mit der NS-Funkplan und ISLK-Nationaltrenner. Ist es Zeit für eine weitere Sohn-Präsentation? Als Sie nicht zu warten, können Sie die eingeschaltenen Lade-Scheinwerfer, wenn man ein Kompadant der Schulzeuge erkennen. Das war ein Kompadant der Schulzeuge. Die Kompadantung kommt figurisch. Sie zeigen Ihnen die Figur, Ihr Kompadant. Die Geschwindigkeit begreift immer noch 9.400 Uhr, bis zum ersten Mal der Schulzeuge. Und bei der Nase-Funkplan wird das ist es gut zu suchen. Sie sind die Strecke von der Nase-Funkplan. Die Geschwindigkeit begreift immer noch 9.400 Uhr. Das war's für heute.